Dann bis später. Wie wär's mal mit etwas Modernerem nach dem altmodischen Auto? Ein japanisches Supercar, das zu einem Superdrifter gemacht wurde. Die Motorfest-Teams haben viel Arbeit reingesteckt. Radsturzanpassung vorn, 200 Kilo abgespeckt. Und das alles mit 900 Pferdestärken. Darf ich vorstellen? Ein neues Festival-Monster. Der 21er Toyota Supra Drift Edition. Mit dem Zeitrennen endet das Togel-Segment. Genieße einen letzten Moment der Einsamkeit. Der 2-Jet-Den Der 21er Toyota Supra Drift Edition. Der 21er Toyota Supra Drift Edition. Der 21er Toyota Supra Drift Edition. Der 2-Jet usenten. Der 1-Jet das Straf identify- Der 1-Jet das Straf nahe- Der 3-Jet das Straf nahe. Letzter Torgetanz. Gleicher Driftsong. Drei Minuten für den Highscore. Einfach toll, was Toyota aus dem Supra gemacht hat. Die fünfte Generation einer Legende. Nur noch drei Kurven auf der Strecke. Das schaffst du noch vor Ende des Countdowns. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer eins. Fertig. Fall ins Ziel. Das war echt spannend. Nummer eins. 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 Nummer eins.